Und darin merken wir, wie der Schätan immer und immer und immer wieder versucht, den Menschen vom Paradies rauszuziehen. Der Unterschied zwischen Adam und uns ist, Adam hat bereut und Adam wusste, dass Allah seine Taube angenommen hat. Wir bereuen nicht, liebe Geschwister. Wir sind in den letzten Tagen von Ramadan, es ist der 27. Tag. Wir haben 28, 29, vielleicht 30. Schauen wir mal. Aber ihr müsst bereuen, liebe Geschwister. Ihr müsst verstehen, diese Geschichte wiederholt sich mit Iblis. Immer und immer wieder, der Iblis will euch nichts Gutes. Iblis will dich brennen sehen. Iblis wird sogar eine Furt behalten. Einer in Yomel Qiyama und einer in Gehenem. Weil die Menschen werden zu ihm sagen, du bist schuld, du bist schuld. Er wird dann auf seine Mundbahn steigen und sagen, ich habe euch nur gerufen. Ich hatte keine Macht über euch. Ich habe euch nur gerufen und ihr seid meinem Ruf gefolgt. Deswegen, liebe Geschwister, die Lösung, die Lösung jetzt, wenn bald Ramadan vorbei ist. Abdelhamid, was soll ihr machen? Wir kennen nur Cafés. Wir kennen... Bruder, muss ich euch jetzt wirklich zeigen, wie man Spaß im Leben hat? Nimm deine Jungs. Nimm dir was zu trinken. Nimm dir was zu knabbern. Nimm dir Stühle mit. Geh auf den Basketballplatz. Park damit auf den Autos. Lüft auf den Körbe. Tu die Stühle. Sitz da hin. Schill dich hin. Guck im Kreis von mir aus alle TikTok. Aber entfernt dich von Orten, die nicht sehr gern. Ist das schlimm? Hätte ich das nicht gut an, mit 6, 7, 8 Brüdern auf dem Basketballplatz schillen? Abhängen? Man kann doch da machen, was man will. Ja, aber Bruder, ich will Shisha rauchen. Es ist besser, wenn du da Shisha rauskriegst im Café. Dann häng lieber da ab. Besser da, wo keine Musik und wo Frauen sind. Wenn du nicht ohne das kannst, Bruder, Allah ehdih. Möge Allah auch nicht schlecht lecken. Dann brauch da eine Shisha. Nimm dir mit, chill da mit den Jungs. Das ist Hauptsache, du bist nicht an Orten, wo du in Jehennem landen kannst. Keiner will da sterben. Ja, aber Bruder, weißt du, ich liebe sie. Bruder, konzentrier dich erst mal. Mach doch Geld. Allah hat dir doch diese Dunja weit gemacht. Du bist doch jung. Du willst doch einen dicken Wagen fahren, oder? Ja, aber Bruder, ohne Kredit geht nicht. Allah hat dir doch die Jugend gegeben. Nutze sie doch aus, Bruder. Arbeite wie ein Esel. Spar dir und dann kauf dir diesen dicken Wagen. Wo bindest du dich jetzt an Freundinnen? Ja, aber damit etwas können wir noch machen. Bruder, kannst du nicht mit Jungs abhängen? Bruder, wir haben damals Landpartys gemacht. Wir hatten viel, viel weniger zu tun. Wir haben den ganzen Tag Murmeln gespielt, Bruder. Murmeln. Wir waren 14 und 15, wir haben Murmeln gespielt, Bruder. Wir haben nachts Kühe umgeschubst. Astagfirullah. Ja, das haben wir wirklich schon. Schlafen dann so, dann schubst du dir weg. Die Jahren, die standen, dann musst du ganz schnell wegglaufen. Aber das Haram macht das nicht. Macht das nicht. Allah hat doch die Dunja schön und groß gemacht. Genießt sie doch, liebe Geschwister. Haltet fest an diesem Seil von Allah subhanahu wa ta'ala. Lasst euch doch nicht von Schetan immer wieder aus den Händen rausholen. Die Schwestern, ja Bruder, was sollen wir machen? Hängt doch mit Schwestern ab. Langweilt euch zu Hause, Bruder. Wallah. Was haben wir denn früher gemacht, Achille? Wir saßen sechs, sieben Leute in einem Zimmer, bis die Mutter uns nach Hause geschickt hat. Und am nächsten Tag wieder. Aber man hat nicht die schönste Zeit im Leben, richtig? Man hat so viel gelacht, man hat so viel geredet. Wir haben, ihr verschwendet euer Leben an das hier, Jungs. Ihr verschwendet das Leben an das hier. Euer Leben geht und geht. Mein Bruder, deine Mutter hat weiße Haare bekommen. Über die Jahre. Und du warst beschäftigt mit irgendwelchen TikTokern. Barellos und Barellos. Verzeih mir, dass ich Namen erwähne, aber seid ihr... Was stimmt mit euch nicht? Allah hat euch doch ein Leben gegeben. Er hatte doch im Ramadan gezeigt, mein Diener, so kann das Leben laufen. So kann das Leben laufen. Wie viele Brüder sind hier gekommen? War nicht der Weg bis hin? Spaßig? Habt ihr nicht gelacht? Wenn ihr jetzt nach Hause geht, lacht euch nicht kaputt. Später zur Talawah, lacht euch nicht kaputt. Das ist doch der Weg, den Allah uns gegeben hat, liebe Geschwister. Sowohl Brüder als auch Schwestern. Lasst euch nicht von Iblis Jannah wegnehmen, wegziehen lassen. Mach das nicht, liebe Geschwister. Das ist immer wieder dieselbe Geschichte. Allah liebt dich. Allah will dich sehen. Was für eine Dua habe ich gestern gemacht? Ja Allah, bring uns unsere Geschwister zurück, die verloren gegangen sind. Wir vermissen sie. Sie fehlen in den Gebetsreihen nach Ramadan. Du hast eine Aufgabe auf dieser Dunja, mein Bruder. Eine Aufgabe. Ich werde sie zusammenfassen. Du wirst groß, wirst ein Mann. Suchst nach deiner Versorgung. Halal. Dann heiratest du eine Frau, machst dir viele Kinder. Hältst dich an den Grenzen Allahs. Bringst diese Familie Al-Islam bei. Versuchst dir einen schönen Aufenthalt auf dieser Dunja zu machen. Manchmal wirst du Fehler machen, dann kehrst du sofort wieder zurück. Mein Herr, vergib mir. Ich habe mich verlaufen. Bitte festige mich. Ich will das nicht mehr machen. Und dann gehst du weiter. Immer wieder wirst du kurze Wege gehen. Sag, mein Herr, ich habe mich verlaufen. Bitte festige mich. Sirat al-Mustaqin. Dann wirst du alt. Dann triffst du dich mit deinem Herrn. Und dann, mein Bruder, sehen wir uns im Paradies wieder. Inshallah, Ya Rabb. Möge Allah uns das Paradies gewähren. Möge Allah unsere Mütter das Paradies gewähren. Möge Allah unseren Vätern das Paradies gewähren. Möge Allah unseren Geschwistern, Leiblichen oder im Islam, das Paradies gewähren. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Möge Allah uns zu den Reumütigen machen. Möge Allah uns die Reue leicht machen. Und die Sünden sehr, sehr schwer machen. Möge Allah, jeden Unverheirateten eine gute rechtschaffende Frau geben. Und möge Allah von jedem Bruder, und möge Allah von jedem Bruder, der momentan Schwierigkeiten hat in seiner Ehe, möge Allah wieder Liebe zwischen den beiden herab senden, sodass sie eine gute Ehe führen können. Wir sind die, die la ilaha illallah leben. Mir hat man gesagt, das war früher eine Kirche, richtig? Und Alhamdulillah, heute sehe ich hier über hunderte, wenn nicht sogar vielleicht an die tausend Mewa'idun, die nur Allah lieben und anbeten bis zu ihrem Tod. Und ich sage, Vielen Dank.